Willkommen, willkommen, zurück, zurück hier bei Frau Lück. Und Velvet Assassins. Jetzt kriechen wir erstmal eine Runde und dann werde ich euch zeigen, wie man denen den Chaos macht. So, wie viele waren das? Eins, zwei, drei. Hm? Der sieht uns nicht. Achtung, und? Uh, uh. So. So läuft das. Ich kann aber pauschisch aufnehmen, weil die mich gar nicht stören. Der komische Schlank. Wir klettern hier rüber. Und? Wir bekommen gleich ein Medikit wieder in dieser Hütte. In der Hütte. Oh, scheiße. Mist. Da kommt einer, oder? Ich war zu auffällig. Was für eine Scheiße. Okay. Okay. So. Wie viel seid ihr? Ihr seid zu... Zweit. Okay. Ihr seid zu zweit. Ich weiß das gar nicht mehr. Wie wart ihr denn? Wie viele wart ihr denn? Zu zweit. Geht. Zu dritt. Okay. Der kommt jetzt gerade her. Alles klar. Also sind sie zu dritt. So. Der eine raucht. Das hat keiner gemerkt. Hoffe ich mal. Hä? Was ist denn los, du Rotzer? Ach, Black Velvet. Du bist so gut. Ach nee. Velvet Assassin. Und einen gibt's noch. Richtig. Kann man auch hinten lang gehen? Ah, verstehe. Ja. Ach, guck mal, was da liegt. Das müsste ich mir mal holen. Das ist Dingsbums hier. Da. So, läuft man jetzt schon. Sehr gut. Und jetzt gehen wir nochmal diesen Weg. Hep. Und... Wir bleiben unten. Hier gibt es ja noch einen, oder? Irgendein Typ ist da noch. Die waren doch zu dritt. Oder waren die nur zu zweit? Nur zu zweit? Ach so, okay. Zack, hoch. So. Dann machen wir den Hebel hier. Oh, schön, schön, schön. Oh, lala. Was ist denn jetzt passiert? Klettern. Hoch, auf. So, und jetzt können wir runtergehen, ne? Ja. Unser Spielstand ist noch nicht gespeichert worden. Das ist natürlich scheißen Dreck. Weiter runter. So, leise. Okay. Hier ist Giftgas. Da kommt jemand. Moment. Was ist denn da? Was liegt denn da? Was liegt denn da? Ich habe mir ja schon die Augen von den Dämpfen her. Ich hätte mir wenigstens eine Gasmaske geben können. Bin ich voll, wenn meine Schicht vorbei ist? Okay, wir klettern runter. Oh. Hoffentlich kommt bald die Ablöse. Oh, halt. Eins. Wie weit kommt denn da ran? Gar nicht weit. Komm, komm, komm. Jetzt. Ja. Wir haben einen Schlüssel gefunden und werden dich gleich hier hinten hinlegen. Zack. Und dann machen wir hier die Sicherung aus. So, sieht das nämlich viel, viel besser aus. Was haben wir denn? Aha. Sehr gut. Können wir ja die Tür aufmachen. Oh. Und jetzt sind wir hier unten. Na, klasse. Aber es ist noch kein... Ach. Speicherstand. Gespeichert. Spielstand. Hm. ein Traum. Und damit geht es hier weiter. Aber langsam. Okay. Was noch rüber? Da blinkt irgendwas. Rechts unten. Ich kann es sehen. Ja. Da ist auf jeden Fall einer. So, wir gehen hier weiter. Ne, das war nichts. Da hat nichts geblinkt. Komm, mach dich blau. Oh. Zu dritt. Okay. Okay, zu dritt. Hm, 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 hm. So sieht das aus. Ich habe sieben Schuss vergeudet. Das gibt es doch nicht. Scheiße. Ich hätte warten können, bis die... Oh. Medikit. Ja, ja, gut. Das hilft mir nicht wirklich. Ein bisschen mehr Munition wäre echt eine extrem tolle Sache. So. Aber ich muss ja weiter. Ne, Morphium. Uh, hab ich. Hab ich voll. Runter. Ich brauche Munition, Munition, Munition. Schnell lauf. Gut. So. Dann hier weiter. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Und dann kann man durch die Tür. Oh. So. Machen wir mal lieber diese Waffe. Gucken wir mal. Ach, hier war es doch schon. Ach. Am schlimmsten ist eine Waffe. Ne. Hier war es schon. Das macht keinen Sinn. Das heißt, hier lang. Über die Brücke. Komm, schnell. Und dann. Aha. Hep. Okay, ich kriege jetzt noch Muniz schon. Ich hab' ein Schuss. Leucht. Pistolen. Kraft. Oh, oh. Okay. Wie läuft der Typ? Wie läuft der Typ? Sie sind zu zweit. Das sind zu zweit. Horst. Bist du das? In so'n Horst. Sieh'bleiben. wow okay jetzt kommt der Typ und den machen wir mit benutzen was hab ich denn jetzt benutzt scheißen Dreck ich hab nicht mehr viel aha was ist denn das oh geil ein Medikit wow ich hab echt nicht mehr viel hier von dem was ist denn hier scheint niemand zu sein niemand ist hier achso den hätte ich nehmen können um um jemanden zu foltern nehmen leuchtet man jetzt schon halt okay so nachladen wow was haben wir hier nichts na toll ein Klo klasse okay einer ist da draußen aha der Feuer Feuer ach scheiße scheiße zu ungeduldig pech okay aber ich das ist sehr ich das ist sehr